Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bussimulator 18. In der letzten Folge haben wir keine Ahnung was gemacht. Ich weiß nur, dass ich wieder zu deppert war. Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet. Dass ich wieder zu deppert war und deswegen eine Folge aufgenommen habe. Beziehungsweise ich dachte, ich nehme eine Folge auf und habe sie dann nicht aufgenommen, sondern ich habe einfach vergessen, das Aufmerksamkeit zu starten. War lustig von mir? Ja. Kennt man ja. So. In der Folge, die ich eigentlich aufnehmen wollte, bin ich die Strecke 16 gefahren. Das heißt, wir werden jetzt die Strecke 17 fahren. Und vielleicht werden wir demnächst auch mit dem lieben Luca Helpreet zusammen spielen. Kicken wir mal. Wir haben unsere schicke Busflotte hier. Ich habe ein bisschen... Und ich mache meinen Luca Helpreet zusammen für unser Schadstoff. Und ich denke, wenn es da aus Verkaufel CF ist, das war mit allem Luca Helpreet zusammenbrechen. und das war mit ihnen. Ich nehme den Zugang, wo wir das stärken. Okay, gut. Und ich in Spanze不知道 war das Gerät husband. Und wir kennen uns- res occupierendenAK cycle. Das ist doch egal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.